herzlich willkommen liebe studierende zu diesem input video für unser seminar fankulturen und fankommunikation heute zum thema doing being a fan sie hatten dazu einen text von michael klemm mit eben diesem titel gelesen ich möchte das doing being konzept heute kurz erklären und dann noch mal kurz die wichtigsten punkte aus dem text zusammenfassen als vorbereitung für die gruppenarbeit zunächst also zum konzept des doing being vielleicht ist ihnen das schon mal begegnet vielleicht auch nicht jedenfalls halte ich es für sinnvoll hier noch mal die hintergründe zu liefern was es mit dieser etwas sperrigen formel auf sich hat wir müssen da zurückgehen in die soziologie und zwar zu einem soziologen namens harald garfinkel der die sogenannte ethno-methodologie begründet hat einen teilbereich der soziologie der vor allem dann stark auf die sogenannte konversationsanalyse oder später dann im deutschen auf die gesprächsanalyse ausgestrahlt hat das besondere an der ethno-methodologie ist ein ganz bestimmter blick auf das thema der sozialen rollen und auch der sozialen institutionen ein blick der sozusagen eine graswurzelperspektive einnimmt wie ist das gemeint im garfinkel hat vorgeschlagen sich von der frage was rollen und institutionen eigentlich sind was sozusagen ihr wesen ist und welche regeln eigentlich rollen institutionen bestimmen sich von dieser frage abzuwenden und vielmehr eine handlungsorientierte perspektive einzunehmen und sich die frage zu stellen wie sich eigentlich handelnde ihre jeweiligen situations bedeutungen wechselseitig verfügbar machen das klingt jetzt sehr abstrakt aber denken wir mal an sowas wie universität oder so eine soziale veranstaltung wie zum beispiel eine vorlesung ja sie haben ja alle hoffentlich noch erinnerungen daran wie es mal war als wir noch in präsenz an der uni uns aufhalten konnten man könnte jetzt hergehen und könnte versuchen zu beschreiben was sind sozusagen die regeln die gelten im kontext einer vorlesung dann können wir sagen dass kinder gibt es bestimmte rollentypen es gibt sowas wie die dozierenden und es gibt die studierenden und dann können wir sozusagen ein regelset aufstellen wer sich wie zu verhalten hat damit dann am ende das rauskommt was wir vorlesungen nennen ja das wäre sozusagen ein normativer blick der top down von oben auf das geschehen herabblick und sozusagen von oben her bestimmt welche regeln gelten an denen dann die einzelnen individuen quasi wie marionetten aufgehängt sind garfinkel hat vorgeschlagen das sozusagen umzudrehen und vielmehr von unten zu gucken und zu fragen was tun eigentlich die einzelnen personen um sich wechselseitig anzuzeigen dass sie glauben gerade in einer situation zu stecken die sie als vorlesung definieren ja und dann richtet sich der blick darauf dass es eben bestimmte handlungsweisen von dozierenden gibt nämlich dass sie vorne stehen dass sie in bestimmten stimmregister sprechen und studierende haben genauso ihre praktiken die sie anwenden um anzuzeigen sich selbst und auch den anderen die mit im raum sind wir deuten die situation in der wir gerade stecken als vorlesung ja also wir würden also die soziale wirklichkeit in der wir alle drinstecken beschreiben als ein so hat garfinkel das formuliert als ein practical and ongoing accomplishment und gerade dieses ongoing soll ausgedrückt werden in der formel des doing ja was wir ja aus dem englischen diese gerundium formen die sie kennen diese verlaufs form und jetzt kann man eben sagen wir machen doing lecture ja also wir fragen nicht so sehr was ist eigentlich eine lecture was eine vorlesung sondern wir fragen was ist eigentlich doing lecture welche praktiken schließt ein doing lecture ein ja und jetzt können wir das noch ein bisschen weiter ergänzen und können uns eben für fans interessieren oder auch für die soziale rolle des dozenten für die soziale rolle der krankenschwester zu allem dem gibt es studien ja und dann können wir sagen wir schauen uns an dass doing being a nurse doing being a teacher doing being a student oder eben ein doing being a fan die berühmteste studie die sie alle bestimmt schon mal gehört haben in diesem bereich ist das doing gender da haben west und zimmermann vorgeschlagen sich nicht so sehr anzuschauen was eigentlich jetzt wirklich gender ist was männer und frauen sind was sozusagen das wesen von bestimmten geschlechtern ist und dann sie haben sich versucht anzuschauen welche praktiken haben wir im alltag um sowas wie geschlechtlichkeit relevant zu setzen und um uns als männer oder als frauen oder auch als non binäre erkennbar zu machen in der interaktion und das wäre genau das gender als ein practical und ongoing accomplishment ja und jetzt übertragen auf das thema fans bedeutet doing being a fan also zu untersuchen erstens was ist fan sein ja aber zweitens auch in die fern ist ein fan sein beschreiben als eine art zeigen dass man fan ist ja und so können wir also einen blick auf praktiken auf fan praktiken werfen das ist natürlich für linguistische zwecke total aufschlussreich wenn wir mal davon ausgehen dass doing being a fan im sinne von zeigen dass man ein fan ist immer auch kommunikative und mithin auch sprachliche aspekte mit einschließt doing being a fan ist also der aufsatz von klemm den sie gelesen hatten im fokus sind hier also fan praktiken klemm führt das aus die affektive kognitive und performative aspekte haben affektiv indem man eben dem fan objekt auf eine bestimmte emotionale art und weise zugetan ist kognitiv indem man bestimmte arten des wissens über das fan objekt besitzt die nicht fans in der form nicht haben und performative aspekt in dem es eben bestimmte praktiken gibt der aneignung von fan objekten bestimmte lektüre praktiken und wie man dem wieder ausdruck verleiht und all das können natürlich untersuchen fan praktiken lassen sich weiterhin beschreiben als konstante distinktions prozesse ich habe es schon angedeutet gerade man unterscheidet sich in der art und weise wie man als glühender harry potter fan ein harry potter film schaut und wie man anschließend darüber kommuniziert von leuten die nur so ja aus lange weile mal ins kino gehen und sagen ach ja der harry potter gucke ich mir den doch mal an aber auch innerhalb der fanszenen gibt es distinktions prozesse die besonders glühenden fans unterscheiden sich noch mal von den 08 15 fans es gibt die alt gedienten fans und die newbies und all das wird eben auch sprachlich kommunikativ angezeigt und klemms zugriff ist nun das zu untersuchen anhand von fanforen also digitaler kommunikation er hatte das ja gemacht am beispiel von schlagerforen und lindenstraßeforen wir werden in der gruppenarbeit mit anderen daten arbeiten aber hier noch mal zusammengefasst was mögliche aspekte sein könnten wenn man solche fanpraktiken in fanforen untersucht zunächst mal eben wir schauen uns an was gibt es eigentlich für formen der aneignung von fanobjekten was tun fans mit ihren fanobjekten wie werden anforderungen an gute fans eigentlich ausgehandelt und angezeigt was zeichnet eigentlich schlechte fans aus und wie funktioniert die abgrenzung davon wie stellen sich selbst fans da also was gibt es für selbst darstellungsstrategien und zwar sowohl nach außen hin gegenüber dem mainstream als auch nach innen hin also gegenüber anderen fans und schließlich als letzter punkt auch das kann interessant sein wie werden eigentlich gesellschaftliche diskurse in der fernkommunikation verarbeitet und transformiert denken wir im fußball oder auch an vielen anderen stellen an kommerzialisierungs diskurse also wie grenzen sich fans ab von einem komplett rein vermarkteten blick auf kunst auf musik auf fußball und so weiter was ja immer so ein bisschen janusköpfig ist da ja fans natürlich auch teil dieser kommerziellen maschinerie sind und diese vermarktung mit ihren eigenen käufen natürlich auch immer aufrechterhalten ja all das kann man untersuchen insbesondere auch an fanforen ich möchte ein kurzes beispiel zeigen als anregung für die gruppenarbeit sie erinnern sich vielleicht letztes jahr gab es in verschiedenen fußballstadien fanproteste gegen dietmar hopp und gegen den dfb im dietmar hopp ist ein fußballmäzen und der dfb hatte in der woche davor fans von borussia dortmund im kollektiv dafür bestraft dass sie ein fadenkreuzplakat gegen dietmar hopp gezeigt hatten und als art der solidarisierung haben dann in der folge woche hier zum beispiel gladbach fans wiederum das fadenkreuzplakat hochgehalten und da gab es natürlich dann heftige diskussionen ja es gab fast spielabbrüche und auch auf twitter und in anderen foren war danach einiges los die fanhilfe mönchengladbach hat darauf dann nochmal bezug genommen hat stellung genommen hat gesagt dass banner eben dieses banner was sie hier sehen war grob formulierte kritik an hopp dem dfb und der strafe dieser woche ja also ist eine ein zitat einer aus einem konflikt der schon länger zurückreicht sie ergänzen noch die fadenkreuz grafik ist das symbol wegen derer die strafe gegen den bvb ausgesprochen wurde und der stadion sprecher stellte das alles falsch einen kontext mit hanau in der woche davor gab es nämlich die rassistischen mordanschläge in hanau sie erinnern sich und der stadion sprecher hat dann gesagt gerade aus respekt vor den opfern in hanau dürft ihr nicht solche gewaltverherrlichenden plakate hier zeigen und das ist als anmaßend empfunden worden durch die fähne für glattbach und sie versuchen eben ihre eigene also ihr ihre fadenkreuz grafik zu rechtfertigen als eine als eine kritik als etwas bloß symbolisches was aber kein aufruf zur gewalt ist und interessant ist dass diese stellungnahme von fans dann wiederum von anderen fans kritisch aufgegriffen wurde das sehen sie hier im zweiten tweet von das to call der dann sagt noch mal ihr habt gehört was die fans der borussia über diese aktion gedacht haben solche spinner wollen in unserem stadion nicht keiner teilt eure meinung geht woanders hin die aktion hat auch der mannschaft geschadet ihr seid keine borussen ja hier sehen wir also wie im digitalen diskurs dann noch mal so eine meta reflexion stattfindet über diese protest aktion und hier sehen wir genau das was wir auch bei klemm finden die aushandlung dessen was eigentlich fans sind und was fans tun sollen und tun dürfen ja und ihr habt gehört was die fans der borussia das heißt die anderen sind gerade nicht fans wir werden davon implizit ausgenommen und mit so einem satz wie geht woanders hin und dann noch ausdrücklich ihr seid keine borussen finden wir also ganz ausdrücklich genau die distinktion und in dem fall sogar exklusions prozesse innerhalb von fan communities die interessant sein können zu untersuchen das als kurzer einblick und als kleiner appetizer ich freue mich sehr auf die gruppenarbeit und erstmal die diskussion mit ihnen im seminar bis gleich ciao